Musik Ich war immer ein Mann der Kommunikation. Also, wenn ich einen Ball besucht habe, habe ich mehr versucht, mich zu unterhalten. Aber es war schon so eine heimliche Leidenschaft, einmal übers Parkett zu schweben. Bim, bim, bim! Rieb dich nicht auf, du hast ja schon einen Rutsche. Also, ich spiele an der Folge so ein bisschen musikalisch, sollte es schon sein. Aber, das heißt noch lange nicht, was man da versteht, dass das da umdauer kommt. Also, ich habe den Gerald eigentlich nur von Kaiser Mün Plus gekannt und er ist mein Wunschpartner. Ich finde ihn begabt. Also, ich glaube, viele Leute unterschätzen ihn. Aber er hat wirklich ein super Rutsmusgefühl. Heute ist ja der Abend, an dem in diesem Ballroom viele Geschichten beginnen. Einige werden uns überraschen, andere vielleicht wahrscheinlich sogar schockieren, zu Tränen rühren. Im Fall von unserem ersten Paar, nämlich Gerald und Roswitha, scheint es eine Komödie zu werden, denn es gibt einiges zu lachen beim Training. Also, dieser berühmte Gang beim Cha-Cha-Cha, der macht nach wie vor Schwierigkeiten. Ich bin halt sehr leichtflüssig. Umsonstsongsräumtheater, nicht die Ballerina zu mir. Cha-Cha-Cha, zwei, drei, Cha-Cha-Cha. Da wirst du etwas aus. Eins, zwei, drei, Cha-Cha-Cha. Ja, das gehört einfach zum Cha-Cha-Cha dazu. Da gibt es ein paar Schritte dazwischen, eben ein sogenannter Lockstep. Ja, das ist alles Übungssache. Sie lacht schon wieder. Du gehst jetzt, ob dir irgendwas wehtut. Wenn mich der Schalk reitet, der mir im Nacken sitzt, dann merken das die Leute, merkt das Publikum und bei der Rosi funktioniert das auch ganz gut. Was hab ich noch? Du hast mich schon wieder angeschaut. Ich bin schon immer. Ich finde den Gera total unterhaltsam. Ich muss wirklich so viel lachen. Es ist unglaublich, weil er schaut mich so witzig an mit seinen Baggerl da und mit dem Grinser. Und das ist halt einfach witzig. Da muss ich mitlachen. Cha-Cha-Cha. Cha-Cha-Cha. Das ist kitzel. Wenn ich dazu schaue, komme ich selber. Mir ist ja lieber, die Rose kommt aus, als ich komme aus. Ja, wahrscheinlich kann ich das morgen auch noch. Das werden wir sehen. Ja, das werden wir sehen. Hier kommt Paar 06. Der Schauspieler Gerald Pichowetz und Roswitha Wieland. Und sie tanzen einen Cha-Cha-Cha. Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja!